Äh, ja, wir können nicht zurück. Maus, jetzt kooperier. Hab ich da an den Wal gehört? Hallo? Ich höre doch an den Wal. Und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Penumbra Black Black. Also, zwischen dem letzten Part und dem hier ist bei mir ein bisschen Zeit vergangen, weil ich musste mich erst noch an das Spiel gewinnen und außerdem wollte ich noch rausfinden, ob ich vielleicht wegen der Sprache was ändern kann. Geht aber leider nicht, denn als ich mir das Spiel gekauft habe, habe ich mir diese Collect-Dash Edition gekauft und da ist die einzige Sprachausgabe Englisch, auch der Untertitel. Aber wie gesagt, for all my English viewers, this is not something, a very problematic thing. Also, was war im letzten Part passiert? Was ist mit meiner Maus los? Beweck dich. Also, ich bin nicht durchgekommen, ich brauchte ein Passwort. Was ist da mit meiner Maus? Die hängt doch. Mein Haus hängt, die hat auch keine Lust. Ich hab auch keinen Bock mehr. Hä? Äh. Ähm, was? Warum brennt das auf einmal? Hab ich da was verpasst, oder? Ich hab also, ich hab da jetzt letztiger Speicher. Da ist es ja. Das hab ich beim Schneiden entdeckt. Da lag ne ganze Zeit in der City. Welcome to the shelter. Und wahrscheinlich befindet sich dort irgendwo was wie Passwörter oder was weiß ich. Ähm, da geht's. Ja, okay. Gut, dann legen wir mal ein. Haben wir die Tauschenlampe schon? Ja, haben wir schon alles. Okay, dann legen wir mal die CD ein und schauen mal, was wir drauf haben. Die CD ist slid in. Slid in perfekt. Ich sollte es jetzt beheben, zu lesen. Okay. Und, ähm, b-b-b-b-cd-rom. Welcome to shelter research station Greenland. Thank you. Shelter is an almost entirely self-sufficient installation. Built in the 70s to further serve the purposes of the archaic elevated cast in their pursuit and defense of ancient knowledge. Ich hab keine Ahnung, was du redest. There are some basic rules you should be aware of in order to be useful to the archaic. Okay, ich höre zu. Shelter provides living facilities. Including a mess hall, gymnasium and medical bay. Uh-huh. In addition to the stipulated array of laboratories. Buh. And biological. Ja, ja. Workstations, excavation equipment and security. Oh, das ist gut. Please use the former at your leisure. But expect to be assigned to the latter with a moment's notice. Moment's notice. To the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded or otherwise mentally incapacitated, do not report to the medical facility. Do not? Fasten yourself securely to whatever solid object may be available. Was? To seal all connecting doors and await retrieval by our trained professionals. Hä? In a worst-case scenario, be prepared to swallow your personal cyanide capsule, which will be issued after this briefing. The archaic hates to lose its treasured staff, but it may be for the good of the operation. We know, you will enjoy your work with us. Äh, was, man, man, wenn man sich verletzt, soll man sich entweder wo anketten oder man soll sich töten. Ganz toll, ja, ganz toll. Introduction text. Nein, das hatten wir gerade. I copied the contents on the note to my notebook. Okay. Password change. Äh. Aha. Important update. The following password changes have been made since the printing of your personal guide. Aha. Deshalb hab ich's nicht aufbekommen. Ich brauch ein Zahlenpasswort. As always, the above information is strictly confidential and this is to be speak to other members. Okay. Äh, okay. Kann ich das hier eigentlich öffnen? Nö. Was will ich eigentlich? Ich muss mal sehen. Zwei, drei, sechs. Zwei, drei, sechs. Schauen wir mal. Äh, wo hab ich denn... Wo hab ich nochmal das in den Ordner? Das Notebook. Das N, oder? Ja. Notes. Password change. Zwei, drei, sechs. Ist eins, eins, sechs, sieben. Okay. Das... 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 So einfach kann's gehen. Okay. Eins, eins, sechs, sieben, oder? Eins, eins, sechs, sieben. Yay! Da unlockt. Lalalalalala. Lalalala. Hoffentlich kommt kein Monster raus. Hallo. Ja, aber da... Äh, welche ist offen? Die hier, oder? Oder die mechanische? Ah, die ist es doch. Die sieht... Die sieht aber eng... Was ist mit meinem Maus-Hotter-Loyce? Die... Der hat keine Lust zu spielen. Ich hatte, um ehrlich zu sein, auch keine Lust zu spielen, weil... So wie ich sagen kann, das Spiel ist schon etwas härter als Amnesia. Hab ich das Gefühl... Oh, wir haben Flair. Oh, wir haben... We got so much Flair. Ist da was unter der Kiste? Da ist doch immer was unter der Kiste. Da hab ich's doch... Gerochen. Da haben wir ne Leute, was... Hä? Ich muss schauen, was mit meiner Maus los ist. Die... Die hängt komischerweise. Hab ich da was... Da hinten ist... Da unten... Moment kurz, Leute. Ich glaub, ich hab da was mit der Kiste was eingeklemmt. Ah, jetzt geht's! Na, das sieht mir aber einladend aus. Ne, jetzt weiß ich immer noch nicht. Hallo? Somebody here? I hope not. Ah, je. Äh, was haben wir hier? Öp. The sewer seemed like the only route out. But it wasn't out. I want it anymore. My father had found something. And I needed to know what. Without that, everything would have been for now nothing. Äh, was zur Hölle? Na gut. Äh, ja. Äh, ja. Wir können nicht zurück. Maus, jetzt kooperieren. Mal hab ich da an den Wal gehört. Hallo? Ich höre ja doch an den Wal. Oder was anderes Großes? Ich hab hier ne Taschenlampe. Hallo? Ja, mal da. Oh, was haben wir denn da? Äh, nein. Stimmen, Stimmen. Nein, nein, nein. Stimmen in meinem Kopf. Ruhe jetzt, Ruhe. Ich will nichts hören. Live? What? What? Nein, wo? Oh, wow, 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 wow. What, 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 what? Wer hat da gesprochen? Ich hab mir... Ich wollte... Ich hätte mir die Story anschauen können. Nur so gesagt, weil... Hier ja den zweiten Part spiele, aber... Äh, äh. Ich will mich überraschen lassen. Und ich will ver... Ich will schauen, ob ich die Story selbst verstehe. Okay. Jetzt ist es aber rechtlich lange. Komm schon. Komm schon, ich will Action. Ach ja, was ich nochmal anmerken wollte, ab dies... Okay, der Wal meldet sich zurück. Zum Glück hat es hier gespeichert. Okay. Ja, okay, Wal, ich komme zu dir. Okay, gleich meldet sich die Stimme wieder. Was haben wir hier? Dreh, dreh, dreh das Rad. Ich verstehe dich nicht, Kumpel. Red mal ein bisschen lauter. Nein. Jetzt, Maus, bleib bei mir. Bleib doch bei mir, Maus. Das ist nicht nett, wenn du mich jetzt verlässt. Okay, loading. Los, lade, 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 ja, das ist gut, das ist gut, 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 gut. Okay, es klappt jetzt. Es könnte sein, weil ich über den Taskmanager was... Wo sind wir denn jetzt? Weil ich über den Taskmanager was gemacht habe. Oh, I know this place. I've been here before. Wahrscheinlich im vorherigen Teil. Mo, nette, nette Kajüte. Ey ho, ey ho. Äh, haben wir da was drin? Nein? Hä? Komm schon, geh auf, geh auf. Nein, du willst nicht aufgehen. Haben wir was mit einem Spinter... Wir haben... Was ist das? Dosenwurst? Oder Suppe? Klick, klick. Nein. Hä? Check den, jetzt haben wir da. Ole! Na, hält viel aus. Äh, und ja, was soll ich jetzt hier machen? Ich muss schauen im nächsten Part, bevor ich den nächsten Part mache, was mit meiner Maus los ist. Äh, nein, ich kann nix... Oh, soll ich mir die Karte anschauen, oder? Oh, ein nettes Haigebiss. Äh, ja, schöne Beißerchen. Ähm, ja. Was soll ich hier machen? Hab ich einen Schlüssel? Nö, ich hab nix sowas wie einen Schlüssel, hä? Soll ich den Eimer nehmen? Ja, ich bin auch ein bisschen sehkrank. Oh, dann könnten wir schon einen Hut geben. Ich soll wahrscheinlich doch in der Truhe was machen. Na komm, geh auf. Geh auf, verdammt. Ich will sehen, was drin... Was in dir drin ist. Ja, du zitterst, du hast Angst. Lass mich öffnen, kleine Truhe. Hä? Soll ich mir das Bild anschauen? Hä? Ich will mich aufrichten. Hallo? Ja, danke. Ähm, ist da was drin? Nö. Hä? Ich hab gar keinen Plan. Was soll... Was geht denn hier ab? Klick, klick. Klick, klack. Nein, geht nicht auf. Hä? Soll ich... Brauchst du einen Eimer? Äh, ja. Ne? Was... Was soll ich hier machen? Ich krieg die Truhe nicht auf. Nö, die ist so geschlossen. Und ich hab keinen Schlüssel oder sowas. Okay, wir haben einen Reifen. Also wenn wir über Bord gehen, dann haben wir schon mal was, was uns hilft. Ist hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel? Hier vielleicht. Brauchen wir einen Schlüssel für die Truhe? Kann ich dich nehmen? Nein. Ist da vielleicht doch einer drin? Hat er sich versteckt? Ne. Hallo? Hallo? Hallo, jemand da? Kein Guckloch. Ich bin grad verwirrt und meine Maus bringt mich grad hier um den Verstand. Ja, Zettel. So. Die hängt. Und ich hänge auch fest. Hallo? Ja. Soll ich dich ausmachen? Ne. Äh, ja. Was soll jetzt passieren? Ich muss irgendwas drücken, um weiterzukommen, oder? Hallo? Hier jemand? Nö. Das ist doch eine Beule. Hat sich da was aufgetan? Ne. Ähm, ja. Leute, ich hab grad keine Ahnung. Ich kann... Ich habe... Äh... Ich habe Soup. Ich habe Suppe. Jam, 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 jam. Oh. Ich kann ja auch Sachen schmeißen. Ja. Los, nimm den Eimer. Nimm den Eimer, der macht. Los. Ist es ein Backe, oder was ist... Los, warum... Ich kann sie ziehen, aber ich kann... Ich kann zwar die Truhe ziehen, aber ich kann sie nicht öffnen. Äh, da ist die Dose. Ist da vielleicht doch was unter dem Fass. Aber ich kann sie ja nicht anfassen. Hä? Ja, und ich... Äh, ja und... Nein. Oh. Und hin ist die Flasche. Äh. Äh. Achso, ich hab mich grad bei den Tasten vertan. Deshalb will ich mich so ein bisschen schwimmen. Okay, ganz ruhig bleiben. Aber was ist das eigentlich denn? Eine Landkarte? Ich bin grad echt verwirrt. Ja. Ja. Äh. Sagt der mir... Sagt Philipp mir was, wenn er... So. Jetzt geh auf. Jetzt geh doch bitte auf. Muss ich dich so umschmeißen. Soll ich dich umschmeißen, damit du aufgehst? Ich hab doch keinen Schlüssel oder sowas. Ähm. Ja. Ich hab keinen Schlüssel oder sowas. Ne, das bringt mir jetzt auch nichts. Zack. Weg mit dir. Ah. Nein. Ne, bringt mir auch nichts. Ein schönes, rotes Licht. Jetzt ist sexytan angesagt, aber... Hä? Ich hab hier's nicht. Das ist sicher Pups einfach. Soll ich das Schloss... Soll ich das Schloss abziehen? Hä? Äh. Nein. Nein. Das ist zu. Und hier kann ich auch nichts machen. Warum... Warum hab ich mich eingeschlossen? Verwirrung. Hallo. Nein. Das ist ein Kissen. Ich dachte, da lege was. Äh. Nein. Ach. Ich kann ein Kissen nehmen, aber... Okay. Dann decke ich mal das Flair ab. Hui. Yes. Okay. Vielleicht kommt einer, wenn ich das Zimmer anzünde. Na. Okay. Jetzt geh mal aus. Wie lange leuchtet denn das... Oh, gut. Jetzt ist schon mal das rote Licht weg. Äh. Soll ich irgendwas machen? Soll ich das... Soll ich durchs Bull-Auge schauen? Hallo. Oh, ihr schönes Licht. Äh. Ja. Leute, ich hab keinen Plan. Hab ich irgendwas übersehen? Das Blöde. Ich kann jetzt nicht auf eure Kommentare warnen, weil ich das wieder vorweg mache, aber... Na komm. Ja, da, 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 da. Jetzt geh auf, jetzt geh auf. Hallo. Oh, wie... Wie steh ich denn da? Hallo. Hab ich da drin in der Jacke was? Hast du was im Ärmel? Nö. Sorry. Ich verpasse doch irgendwas. Ist da was drin? Nö. Nö, 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 nö. Äh, ja. Scheint so, als wäre das ein Bug. Oh, da liegt ja doch was am Boden. Kann man hier was rausziehen? Äh, ja. Äh. Das kann man aufmachen. Also Leute, ich muss hier jetzt den Part beenden und ich glaube, ich starte mal hier das Spiel neu und schaue, ob der Bug sich dann wieder legt, weil ich weiß nicht, woran es liegt. Ich soll wahrscheinlich die Tore aufmachen oder vorher was finden. Ich habe aber keinen blassen Schimmer. Äh, was? Achso. Sehe ich dir das auf dem Bild? Ich soll wahrscheinlich die... Das ist wahrscheinlich offensichtlich. Ich soll die Kiste unter den Tisch ziehen und dann passiert was. Hä? Natürlich. Das ist es wahrscheinlich. Okay, ich kiste, dann... Ähm, ja, beweg dich mal. Du sollst unter den Tisch... Weil unter dem Tisch, da ist dein Platz. Ja? Ja, komm, beweg dich. Das... Das machen wir jetzt noch in dem Part. Kiste, jetzt mach mich nicht sauer. Okay. Ja, tada. Okay. Wahrscheinlich ist es das. Okay, wie bewege ich dich jetzt? Äh, jetzt hängst du. Ja, ähm, Leute, ich probier's im nächsten Part weiter, sonst, äh, sonst läuft mir die Zeit weg. Also, ich fahr da doch beim nächsten Mal wieder ein bei Let's Play Penumbra. Black, Black, Black. Von der M390, Jovo. I love to entertain you. Wir sehen uns. Tschüss. Und goodbye.